Hallo und willkommen zum Letztest von Bandit Brawler. Ja, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Ich habe das Spiel bei Kimmela angefragt. Es sah sehr witzig aus und es wird wahrscheinlich sehr schwarzhumorig. Und ich denke mal, ich schalte das Video auch ab 18, weil das Spiel ab 18 ist. Es erinnert von den Trailern und Bildern, was ich gesehen habe, stark an Postle. Von daher müssen wir mal gucken. Ich meine, das Schwein hier hat ein Messer am Arm. Was will man erwarten? Wenn ich vielleicht anders klinge, das Bild ein bisschen anders aussieht. Ich habe einen Rechner neu aufgesetzt. Dadurch stimmt wahrscheinlich nicht alle Einstellungen 100%, wie sie vorher waren. Ja, ich würde sagen, wir machen mal ein neues Spiel und spielen. Ja, ein bisschen. Oh. Ei. Halte rechte Maustaste zum... Okay. Halte Element zum schweren Angriff. Aha. Verstehe. Geht gleich voll los. Moment. Oh. Immer auf die Glocke hier. Auf die 12. Okay. Aua. Die noch her. Oh, der ist gestunnt, weil ich geblockt habe. Sehr schön. Wahrscheinlich besser taktisch vorzugehen. Wir machen erst mal die Kneipe leer. Was finde ich? Aua. Gut. Gut. Spiel vorbei. Oder Absicht. Das kann auch sein. Okay. Außerdem, ähm... Hi. Kamera. Ähm. Ich glaube, das war gewollt, dass wir hier eins aus dem Sack kriegen. Ist das das Huhn aus Vajana? Ist das Heihei? Es sieht jedenfalls fast so aus. Ähm. Ja. Ich wollte sagen, wir spielen... ...ungefähr eine halbe Stunde. 20 Minuten, halbe Stunde, wie immer. Ich hab's mir vorher noch nicht angeschaut. Wie gesagt, es sieht ultra witzig aus. Ähm. Titanite Games war, glaube ich, der Publisher und Entwickler. Ich muss nochmal spickern. Wartet mal kurz. Ähm. Ich hab mir jetzt vor, lauter... Genau. Titanite, also so eine Art Titan. Titanite. Titanite Games ist Publisher und Entwickler von dem Spiel. Lieben Dank. Wie gesagt, ähm... Ich mach schon den hier, wie das Huhn, ne? Ähm. Für den Key. Der ist kostenlos von meiner Seite aus, hab ich den bekommen. Aber ich krieg halt keine Kohle. Es ist nicht bezahlt oder so. Das heißt, ihr habt hier immer meine Meinung, was das angeht. Und, ähm, gut wie schlecht. Und abgedreht. Je nachdem, was es gibt. Das Huhn sieht so bescheuert aus. Sorry. Äh, ja. Und natürlich gilt auch dank an Keymailer, die das hier möglich machen. Mal gucken mal. Reden wir mal mit dem Huhn. Hallo Kumpel. Warum wurdest du in die Dose gesteckt? Du magst Tiere wohl auch so sehr. Was? Die mögen es hier nicht. Ähm. Man ist eh... Was? Ich hab mich versah. Hat das Huhn von Eiern... Ach. Okay. So geil, dass ich mit dem Huhn reden kann. Nein. Schneiderei. Genau. Schau, Bandit. Ich habe mich in einen Huhn ver... Ah, okay. Das ist... Actually ein Huhn. Ich bin in einen Huhn verwandelt. Ich bin Chicken Puppy. Ein einziger Nachteil an dieser Situation. Dass ich aus dem Gefängnis nicht mehr entkommen kann. Ich schätze, ich habe das vor der Permaverwandlung in einen Huhn nicht richtig durchdacht. Warum hast du dich in einen Huhn verwandelt? Gute Frage. Weil ich das konnte. Meine Tochter hat versucht, mir ihre Kinder in den Tempel zu bringen. Und ich hasse es dort. Okay. Also er wollte nicht in die Kirche quasi. Ähm. Hast du dich wirklich in einen Huhn verwandelt? Nur um nicht in den Tempel gehen zu müssen? Ähm. Nun technisch gesehen hast du recht. Aber das Wichtigste ist nicht aufgeben. Und schließlich ist gar nicht so schlecht ein Huhn zu sein. Man kann hingehen wo man will. Sicher. Äh. Wo man... Morgens laut sein. Die Leute werfen einen Seeds zu. Aber leider kann man die Flügel, äh... Achso, mit dem Flügel keine Schlösser knacken. Also was machen wir jetzt? Wie konnte das passieren, dass du erwischt wurdest? Was hast du... Hast du für diese ganze Hühnersache gemacht, ja? Matrosenparker. Was ist denn ein Matrosenparker in Anzug oder was? Äh. B und E verlangen und verlangen Töpfe produzieren. Oh. Der Trieb und... Ich zensiere das mal. Ein Tag wie jeder andere, wie man es so schön sagt. Ähm... Wo hast du, äh... Du hast einen wirklich beeindruckenden Lebenslauf. Ja, das Spiel ist ab 18. Ehm. Mit Ehrgeiz, äh... Halbem Jahr überholt. Okay. Äh... Du fängst als unbezahlter Praktikant an. Nach einem Halbem Jahr geht's in das Eingestelltenverhältnis. Die Hälfte des Lohns fließt, ähm... Unter den Tisch, um Steuern zu vermeiden. Und später erwartet ein strahlender Spielfilmer für dich. Oh Gott. Heiliger Bim Bam. Das klingt toll. Ähm... Ja, wie wurdest du denn erwischt? Dummes Ding, Chef. War ein ganz normaler Tag. Bin auf der Straße langgelaufen. Und plötzlich springt mir diese verdammte Henne vor den Schnabel. Schnell Henne wächst und chill. Und plötzlich von... Die Unterhalt. Ich hab nicht gezahlt. Also... Oh Gott. Äh... Seit wann zahlt ein Hühner... Genau. Kinderunterhalt. Keine Ahnung. Frag den örtlichen Herrscher. Gute Frage. Und jetzt? Ähm... Ich dachte schon über das Fragen. Clever dazu. Siehst du... Idioten da draußen, äh... Ach, den Dietrich stehlen. Um eine verpassen. Okay. Das ist ein Mensch. Oder schwächer. Kleiner bin ich intelligenter. Deshalb verdient er weniger. Das ergibt Sinn. Ähm... Okay. Dietrich und raus. Die große Flucht. Kann ich denn... Links Control. Ach da. Benutzen. Was ist benutzen? E? Ja. Sprich mit Papi. Papi, Papi, krieg ein Eis. Heidiges Kanonenrohr. Du hast tatsächlich niedrig gestohlen. Nicht schlecht. Äh... Potenzial. Ich soll Schloss öffnen. Ähm... Ganz einfach. Man steckt den Pik in ein Loch. Dreht nach links. Dreht nach rechts. Und schon ist die Drohne gepresst. Okay. Übung. Steckt ihre Nase nicht bewandeln. Die... Konzentration verriegeln. Knacken. Drehen. Okay. Die Wache haut natürlich ab. Äh... Okay. Aber warum hat der Wache keinen Schlüssel, sondern den Dietrich? Egal. Äh... Wasser. Ich frag nicht. Wie taubt die Wache? Wie denn? Okay. Und dann mit Z. Was ist das für eine Belegung? Ach, Ypsilon. Das ist englische Tastatur. Trotzdem komisch. Halt die Ehe, um den Gegner zu betorben. Ne, doch nicht. Huch. Das ist ganz schön komplex, das Spiel. Richtig mit Papi. Äh, gleich. Kann ich hier Sachen mitnehmen? Ich frag für einen Freund. Ach, da ist... Ich muss sagen, hier ist noch so ein Huhn, aber... Wir reden gleich mit Papi. Oh, da ist noch einer. Mehr als einer. Die können wir nicht... Hä? Wie sind die da reingekommen? Hier ist keine Tür. Ach, ne. Oder ist das die Tür? Ne. Hier ist keine Tür. Hä? Ja gut, das soll wahrscheinlich die Tür sein, das eine Ding. Okay. Kontrolls sind ein bisschen seltsam. Ich stelle meine Kontrolls lieben gerne ein. Aber ich glaube, das geht nicht, oder? Ne. Das kann ich... Ich kann die nicht anpassen. Inventar und pinkeln. Z ist crouching. Oder Kontrolls crouching. Ich komm nicht zurück. Ich seh meine Maus nicht. Ich komm nicht zurück. Scheiße. Ah! Okay, das ist nicht gut. Nun. Da war meine Maus. Ah, jetzt. Okay. Okay. Äh, wo ist das Huhn? Da ist Papi. Da. Irgendwo. Äh, wir machen Fortschritte, mein Freund. Nimm den Schlüssel. Äh, dann können wir die Tür öffnen. Welcher Schlüssel? Oben? Oh, hi. Oh, hi. Was? Wie war das mit dem... Okay. Verstehe. Das Gejaule im Hintergrund dieses... Äh, ich stiehle den Schlüssel. L. Ach da. So ein bisschen Goat Simulator, oder? Ich gucke immer nach links. Es tut mir leid, weil meine Aufnahmekamera... Äh, meine Aufnahme... Mein Aufnahmewildschirm da ist. Deswegen, ich müsste eigentlich so gucken. Mache ich auch. Aber hey. Ja, das mit dem... Mit den Controls, das wäre cool, wenn man das tatsächlich selber belegen könnte. Laden. Okay. Gute Arbeit, Kleiner. Äh, du bist in der Stadt verbannt. Dein Gesicht wird jede Litwasssäule in der Stadt hängen. Du musst, äh... Zyperditenlager machen. Wir weisen, dass du würdig bist. Äh, lass mich erklären, was du machen musst. Ähm... Ich muss ins Haus einbrechen. Irgendwer schubst mich gerade. Wahrscheinlich die Katze, die gerade gemiaut hat. Ähm... Das ist für dich auf der Karte markiert. Tipp. Der Typ, der dort wohnt. Tipp. Ist ein Arschloch. Und er hat seine... Einen seltsamen Fetisch. Er isst immer Käse in der Nacht. Den bewahrt er in der Truhe auf. Soll den Käse klauen. Wie sonst noch was? Ähm... Alter, wo ist die Katze? Da. Himmel hoch. Was? Kennen Sie die aerodynamischen Eigenschaften eines bestimmten Säugetiers? Nun, es gibt nur einen Weg, das herauszufinden, indem du es an... Angriff drückst. Was? Pfff! Das ist wirklich wie Postel! Du willst mich doch verarschen! Oh, geil! Okay... Messer darf ich nicht nehmen, okay. Tja, das war's dann. Explosive Katzen, alter Schwede. Hoppala. Ah, das Schloss knacken ist nicht so geil. Lass mich raten, du bist ein Held, der zufällig meine Gegenstände braucht, die ihm helfen könnten, das mythische Böse zu besiegen. Skyrim-Bahn-Spielung, oder was? Äh, genau! Welches mythische Böse? Du liegst falsch, ich bin einfach nur ein Dieb. Ja, tut mir leid, du liegst falsch, ich bin nur ein Dieb. Ja, ich hab vielleicht einen Fehler gemacht. Mal sehen, was du für ein Krieger bist. Ich sag, ich bin Dieb und nicht Krieger. Okay. Hm, okay. Heile. Oh, haben wir, haben wir, warte mal. Haben wir eigentlich Kalkenlast oder sowas? Okay, Fertigkeiten. Aha. Mana. Alter, das Spiel ist ja wirklich ausgefeilter als gedacht. Aha. Hallo. Na dann. Wollte mal gucken, was ich da klaue, ne? Okay. Sprech auf der Karte markiert der Haus ein. Das ist aber nicht das hier, oder? Wer lacht da eigentlich so dämlich? Das klingt wie so ein MG, ne? Ja, ich komm dann mal wieder irgendwann. Wir machen hier Hausputz. Oh, das sieht doch gut aus. Lacht unser Charakter so dämlich? Wahrscheinlich, ne? Vielleicht wie so ein MG, ne? Was ist denn? Okay, er ist eine Klatschen. Ich verstehe. Das ist wie so eine alte Hexe. Alter. Ja gut, der hat jetzt nichts mehr. Kann ich ihn treten, oder er ihn... Oh, es geht doch höher. Okay. Du bist Bruder, hm? Mit seinem Rahmen. Okay, okay. Oh nein, Taschen voll. Tatsächlich Kapazitätenmangel. Naja. Wir brauchen größere Taschen. Kann ich das irgendwo verscheuern? Ach, für ein Freund. Huch. Jetzt los. Hello? Letzter Kontrollpunkt. Bin durch den Fußboden gefallen, oder was? Das ist nicht gut. Ähm. Hab ich das Zeug jetzt noch? Ach so, das hab ich ganz vergessen. Das spielst du übrigens noch gar nicht raus. Das kommt am 21.06. raus. Also ich darf das sogar ein paar Tage früher spielen. Das hab ich ganz vergessen zu erwähnen. Wie kannst du denn wieder? Hm. Ich dachte das vielleicht... Zeig mir deine Wache. Äh, Lockpick. Okay. Warte mal. Cool. Ach, da unten. Unten. Das ist ein Schwein. Hi. Was macht das? Macht das auch Bum? Die machen hier alle Bum die Tiere. Alter, was ist das denn? Äh, ja. Warum machen die Tiere alle Peng? Mach die Katze. Gott. War das ein Hund? Gut. Keine gute Idee. Oh, da ist das Schwein. Okay. Nun. Entschuldigung. Ähm. Aber ganz im Ernst. Warum machen die Tiere Bum? So eine Mischung aus Wurms und Postel oder was? Was verkrouchen? Muss was treten? Rückhalten, ne? Ah, die Controls sind suboptimal. Wenn ihr mich fragt. So, er sagte von irgendwas von der Truhe, ne? Ach, hier. Wir sollten das wertvolle Zeug mitnehmen. Ja, die Bücher kosten ein bisschen was. Gut, dann haben wir mal ab. Okay. Ich kann meine Fäuste nicht wegstecken. Hm, nun. Ist das hier Quest oder? Ich stehe zwei Passanten. Stehe. Gut. Er hat das gebaut. So. Sein Flüchtling schnappt ihn. Wo? Schießen sie. Was? Was? Für das Pony? Ja, hier irgendwo, ähm. Nee. Damn. Oh, nee. Ich konnte da auch noch irgendwie... Oh, bleib lieben. Ja. Da fliegt die Sau. Alter, was schon. Ähm. Bababababababababab. Hier, ne? Der Gang sieht nicht gesund aus. Äh. Gegenstände von einem Marktstand. Okay. Kann ich das aber so nehmen, oder was? Okay. Du? Verkaufen. Verkaufen. Sprechen Sims? Ja, sehe ich auch so. Ähm. Ähm. Okay. Okay. Gut. ja ich frag mich immer noch wer diese komischen häuser gebaut hat aber damit mit dem hund in der hand kann ich nicht springen irgendwas aufgesammelt aber ich weiß nicht was name schwein gab da haben wir schwein gehabt du hast alles gemacht was das gemacht kommen später wieder ich habe vielleicht ein paar interessante waren für dich aber ich würde sagen das machen wir vielleicht ein andermal vielleicht in dem stream oder in einem lp nicht direkt weil ich ein paar projekte laufen habe aber ja das spiel ist ganz schön banane und ja es macht spaß es ist noch lange nicht fertig denke ich mal das ist ein early access titel die katze es tut mir leid kitty aber ich sag es nur ungern aber du bist mit dem creeper verwandt oh man ja lange rede kurzer unsinn vielen lang kann ich mir reden vielen dank fürs zuschauen wenn es gefallen hat sehen und oder hören wir uns beim nächsten letztest oder auch gerne bei regulären projekten glatt gesund bis dato reingehauen bei 종ichern bei la bei ä Untertitelung des ZDF, 2020